Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass du wieder dabei bist. So, Nina produziert schon ganz fleißig neue Granitblöcke, das ist gut. Die sind nämlich in der Tat ein bisschen knapp geworden. Und ja, über den allgemeinen Hygienezustand unserer Kolonie rede ich besser nicht. Der ist nämlich katastrophal immer noch. Wir müssen warten, dass unsere Kolonisten da irgendwann tätig werden. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja noch diese Sache hier mit dem eingestürzten Felsen. Hier, das sieht man, ist so ein Dach drüber. Und das kriege ich nicht weg. Ich habe schon alle Steine weggemacht. Wenn ich die wieder abbaue, dann bricht es an der Stelle gleich wieder ein. Ich habe Angst, dass wenn ich das so oft mache, irgendwann ein Kolonist runtersteht, der dann entsprechend verletzt wird. Deswegen lasse ich das jetzt sein. Dadurch, dass wir aber neue Felsen haben, können wir jetzt auch Böden errichten. Wieso hat der Ben eigentlich sein Gewehr gezogen? Ach, er geht jagen, alles klar. Also dadurch, dass wir wieder neue Steine haben, wird es Zeit für Böden. Und zwar in Granitauslegung. Wir nehmen hier unsere Hex-Pavings Granit und knallen die mal hier drunter komplett. 456 ist die Hälfte auch schon wieder weg. Egal, ich mache es hier auch. Und hier auch. Dann dürfte alles weg sein. Vor allem sind aber halt auch diese Sandfelder weg. Die führen nämlich momentan noch dazu. Wieso liegt hier eigentlich ein Reh drin? Ach, ein Reh. Ein Skelett meine ich natürlich. Ein toter Steinbock, der muss weg. Das führt hier dazu, wenn die Leute hier rein und raus laufen, dass hier auch direkt rein und raus getragen wird. Und deswegen wird es da Zeit für. So, Gemeinschaftsraum. Ich weiß, da warten viele drauf. Ich habe es auch in den Kommentaren wieder gelesen. Und es gibt auch Ideen, das hier einfach noch mit zu integrieren in den Gemeinschaftsraum. Ja, hört sich alles gut an und so. Also, ich habe irgendwie für den Gemeinschaftsraum momentan noch keinen Sinn, weil ich den Eindruck habe, dass noch genügend andere Sachen gemacht werden müssen, wie zum Beispiel die ganzen Wände. Ich würde gerne wirklich diesmal alle Wände auch ersetzen wollen, alle Holzwände, durch Granitwände. Jetzt warte ich halt erstmal, wie viel von dem Granit noch übrig bleibt, wenn die Böden hier verlegt sind. Und dann gehen wir halt das nächste Thema an. Kochen läuft auf jeden Fall. 125 hätten wir gerne davon. So, ein Grußhändler ist eingetroffen. Dann geht Goofy doch mal gleich an die Funkstation. Und wir werden, wenn es geht, weitere Bauteile kaufen. Wir haben 54. Das ist noch relativ viel, aber es schadet nicht, mehr zu haben. 23 sind im Angebot. Die würden uns 602 Silber kosten. Die können wir ja vielleicht reinholen, indem wir hier das Leder verkaufen. Und was verkaufen wir noch? Reis, Mais, Kartoffeln bleibt. Mufflo-Fleisch bleibt auch. Wir haben inzwischen vier Wildschweine. Das ist gut, die behalten wir auch. Die werden wir trainieren. 229 Silber. Na ja, gut. Dann müssen wir die halt mal ausgeben. Bauteile sind halt schon recht wichtig. Und ich habe keine Ahnung, wo sie diesmal gelandet sind. Sonst lagen sie immer hier. Äh, ja. Mist. Da sind sie drin gelandet. Wie ärgerlich ist das denn, bitteschön. So, eine Granit-Tür hier rein. Ist vielleicht eh nicht schlecht, wenn wir da hinten so einen kleinen Wartungsgang haben. Dann gehören aber halt auch streng genommen passende Fliesen rein. Das mache ich dann auch. Und dann können wir unsere Bauteile da entsprechend rausholen. Sehr schön. So, minus 5 Grad. Draußen ist es 34 Grad. Dafür reicht die Klimatisierung hier noch. Drei Klimaanlagen laufen. Gut, und hier werden gerade unsere ganzen Granitblöcke verbraucht. Dann müssen wir eventuell auch mal ein bisschen wieder was aus Marmor bauen. Eine Vorratskapsel. Yippie, was haben wir denn? Och, Artillerie oder Mörsergeschosse. Ist ganz klar, dass ich die reinhole. Die werden wir verkaufen. Ich nutze diese Waffen nicht. Von daher nicht so wichtig für uns. Äh, hier noch eine Tür wäre natürlich eine Variante. Allerdings ist mir das zu nah am Gefängnis. Dann müssen die nur hier zwei Türen aufbrechen und dann sind die raus. Ich meine, das müssen sie überall. Aber da sind die Wege länger. Da hat man dann mehr Zeit, um entsprechend einen Ausbruch zu kontern. Das geht dann nicht mehr so schnell. So, Zimmer sind ja gut besetzt alle. Hm, ich gehe nochmal bei Gerd. Hier gucken, wir hatten ja einige Wände noch nicht drin. Ob die noch eifersüchtig ist? Ist sie nicht. Aber sie hat ohne Tisch gegessen. Können wir keine Tische aufstellen? Äh, genau. Können wir keine Tische aufstellen? Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Hier steht ein Tisch. Jeder kann am Tisch essen. Und in jedem Quartier steht übrigens auch ein Tisch. Von daher habe ich da jetzt gewisse Schwierigkeiten, das nachvollziehen zu können. Aber Mais und Kartoffeln sind bald fertig. Ich würde sagen, wir pflanzen auch nochmal Reis an, hier auf diesem Feld. Reis, 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 Reis. Stopp mal. Wir fangen schon an auszusehen. So, Reis. Okay, das geht ganz schnell. Wir haben vier Leute, glaube ich, die insgesamt bepflanzen können. Drei sind gerade an der Arbeit. Und das geht wirklich rasend schnell. Gut. So, wo wir gerade so viele Bauteile haben, würde ich sagen, stellen wir hier einfach mal ganz dekadent zwei Entwässerungspumpen hin, damit wir auch da entsprechend noch so einen Kasten drumherum bauen können. Also hier und hier stelle ich eine Pumpe hin. Dann müsste das relativ schnell erledigt sein. Strom kriegen die auf jeden Fall über die Wand, weil das Kabel hier verlegt ist. Und ja, dann habe ich gerade schon gesehen bei Diverses, wollte ich auch nochmal Vital-Monitore aufstellen. Da wird es auch mal an der Zeit. Darum kommt jetzt hier in jedes Krankenzimmer noch ein Vital-Monitor neben das Bett. Und mir ist klar, dass hier noch kein Krankenbett steht. Das werden wir jetzt abreißen. Das ist ein gutes Bett, das deinstalliere ich mal. Kann man noch verkaufen. Und dann nutzen wir hier zehn von den 17 Medizinen dafür, ein entsprechend neues Krankenbett zu errichten. So. Hier liegt Fleisch. Oh, da liegt viel Fleisch. Das müssen wir auf jeden Fall jagen. Also diese Riesenfaultiere sind immer gern gesehen, weil sie wehren sich so gut wie nicht. Oder ich habe zumindest noch nicht erlebt, dass sie sich wehren. Wir haben unglaublich viel Fleisch und natürlich auch Fell. Das können wir dann verkaufen. Das Fleisch ist für mich wichtiger. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach weiteren Stahlvorkommen. Aber ich glaube inzwischen haben wir wirklich alles überall rausgeholt. Und so langsam glaube ich, sind wir auch bereit dazu, mal einen Schrein zu öffnen. Das fände ich zumindest interessant. Ist ja immer eine Frage, wenn man das zu früh macht, ob man die Gefahr, die dabei halt potenziell vorhanden ist, ob man die kontern kann. Aber ich glaube, ich glaube das geht. Schau mal, da ist Jade. Hier baue ich jetzt einmal Jade ab. Und für das andere nehme ich dann unsere neue Mod, den Vayne Miner. Und, ah gut, es ist nur ein Feld. Schade. Nur ein kleines Feld Jade. Aber immerhin. So, was haben wir da? Ist auch noch ein Schrein, glaube ich. Also, oh, das Riesenfault hier rechts sich. Oh, es ist gut gegangen. Ben, unser Schütze hier, hat in dem Fall tatsächlich keinen Schaden genommen. Ich bin total begeistert. Das hätte nämlich auch anders ausgehen. Ich glaube, ich habe es ja gerade noch gesagt, die rächen sich nie. Aber in diesem Fall, wenn es sich erfolgreich gerecht hätte, so ein Riesenfiech kann, glaube ich, sehr gefährlich sein. Gut, dass nichts passiert ist. So. Ja, eben weiter gucken. Hier könnte ein Schrein hinter sein. Und dann sind hier noch zwei potenzielle Schreine. Also hier und hier. Oh, eine Vorratskapsel. Das hörte sich sehr nah an. Ah, in der Tat. Gold. Nehme ich doch auch gerne. Wir brauchen später Gold für irgendeinen Teil des Raumschiffs, auf jeden Fall. Von daher holen wir das natürlich rein. So, also, ich denke mal, ein Schrein machen wir jetzt. Ist halt die Frage, welchen. Und, äh... Ich mach das mal eben so. Ich möchte vorher nochmal eben... Wir haben noch ein Präzisionsgewehr in Auftrag gegeben. Gucken, ob das schon fertig ist. Ähm, sieht nicht so aus. Zumindest liegt hier nichts im Lager. Das muss aber auch nichts heißen. Gucken wir mal hier kurz am Werktisch. Ah, da ist, wird gerade gebaut. Da liegt es nämlich. Präzisionsgewehr unfertig. Autor B. Der verbleibende Arbeit 856. Also es dauert sehr lange scheinbar. Da ist ein Piratenhändler. Mit dem sprechen wir auch kurz. Und schau mal, was wir verkaufen können. Äh, auf jeden Fall die Bögen. Und die, die Pila-Wurfsperre hier. Noch ein Bogen. Dieses Kragenhemd ist fast hinüber. Das heißt, das kommt weg. Dann, äh... Da die Mörsergeschoss... Mörsergeschosse. Die Bauteile sind hier zu teuer. Das ist halt bei Piratenhändlern immer so. Das kann man, äh, nicht guten Gewissens machen. Und dann kriegen wir halt mal 471 Silber, wie es aussieht. Kaufen würde ich hier jetzt nichts. Weil dafür, dass es ein Piratenhändler ist, hat er erstaunlich wenig Sachen dabei. Ja, so ein schlechtes Maschinengewehr. Aber das sehe ich dann auch nicht ein. Nee, nee. Nehmen wir einfach das Geld. Und ich glaube, es landet jetzt immer hier. Kann das sein? Ja, in dem Fall ist es Tage lang. Aber das ist praktisch auch. Weil das ist ja hier direkt... Wisst ihr was? Dann mache ich hier. Dann mache ich doch noch eine Tür. Hier hin. Gell? Und ich glaube, da ist noch der Felsboden drunter. Ja, da müssen wir noch eben den richtigen Flur... Den, äh, Bodenflur verlegen. Äh, den Flurboden. So. Und, äh, ja, da machen wir da auch noch eine Lampe rein in den Gang. Komm. Eine kleine Lampe hier rein. So. 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 Dann, äh, was ich gerade gesagt habe hier. Äh, wir können das gar nicht so gut sehen mit den Waffen. Äh, wir brauchen natürlich ein Lager für Klamotten. Und eins für Waffen. Und eins für Waffen. Ich denke, ich denke mir mal, dieser Raum wäre dafür geeignet. Oder dieser hier oben ist vielleicht ein bisschen zu groß. Ich werde diesen hier nehmen. Da machen wir jetzt Regale rein. So, mal schauen, wie wir am meisten unterkriegen. Die Lampe müssen wir wohl versetzen, ne? Die kommt hier hin. Und wir bauen dann noch eine hier. Und das ganze Zeug hier braucht auf keinen Fall Quality Build. Oh, menschenjagendes Rudel. Oh, Wachs. Oh, oh, oh. Stopp, Pause. Eieiei, jetzt könnte es brenzlig werden. Also, eine menschenjagende Tiere, nein, menschenjagende Tiere der Gattung Wachs sind im Gebiet Angebot angekommen. Was lese ich denn da so? So, sie ziehen in der Region umher, stets auf der Suche nach menschlichem Fleisch. Sie können nicht durch Türen durchgehen. Weswegen es ratsam ist, deine Kolonisten nicht rauszulassen. Geschütztüme werden von ihnen nur angegriffen, wenn sie aktiviert sind. Sind sie leider alle. Das Rudel wird die Gegend in ein paar Tagen wieder verlassen. Um Gottes Willen. 16 Wachs. Oh, Wachs sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Moment mal. Ich reiß das Kabel da ab. Ich überlege gerade, ob es nicht einfacher ist, das abzureißen. Aber das geht halt durch die Wand durch. Das heißt, da wäre es so, dass, wenn ich das abreiße, der ganze Stromfluss hier abgebrochen wäre. Das heißt, da muss einer mal kurz raus. Ah, 4 Geschütze und 16 Wachs. Ich bin nicht sicher, ob das vielleicht reicht. Könnte ja sein, dass es reicht. Lass die Geschütze doch ruhig dagegen vorgehen. Also wir stellen unsere Kolonisten auf jeden Fall mal auf den drinnen Bereich. Der inzwischen ja auch korrigiert ist. Nochmal kurz drüber herfliegen. Ja, alles in Ordnung. Und dann müssen wir alle einmal kurz in den Kampfmodus setzen und wieder rausnehmen, damit sie entsprechend reingehen. Sie sind dann jetzt alle drin. Und jetzt, liebe Leute, speichere ich einmal. Einfach, weil das ist mir gerade wichtig. So. Ich weiß nicht, ob wir das überleben hier. So, und merke, nach dem Speichern nicht auf Beenden drücken. So, also, da sind unsere 16 Wachs. Unsere Leute sind alle darauf eingestellt, drinnen zu bleiben. Die Geschütze hier sind an. Und wir gucken mal, was da so bei passiert. Da kommen sie schon. Oh, hei, oh, hei, oh, hei. Hoffentlich nehmen die Geschütze möglichst viele Wachs mit. Das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Wie viele Wachs leben denn jetzt noch? Zwei? Zwei leben nur noch. Das, äh, würde ich sagen, ist ziemlich gut. Dann kommen mal unsere Nahkämpfer her. Äh, unsere Fernkämpfer natürlich. Und dann werden wir mal hier ein bisschen aufräumen. Das sind nur noch zwei Stück, die überlebt haben. Und die jetzt abziehen zu lassen, ist irgendwie auch Blödsinn. Von daher, ich versuch's mal so. wieder rein. Gut, einer ist tot. Ah, kommt der durch die Tür? Nein, der kommt nicht durch die Tür. So, komm, einmal noch, dann haben wir's geschafft. Ah, okay, das war jetzt leider daneben geschossen und dann, ah ja, da ist er wieder. Okay, gut, wir haben's geschafft. Müssen wir noch hier die letzten Wachs töten, die noch leben. Ist nur der eine hier, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir's geschafft. Dann haben wir tatsächlich 16 Wachs überlebt. Sehr schön. Und die können wir alle reinholen. Das ist natürlich lecker Fleisch, kostenlos. Hat ein bisschen was gekostet hier. Drei, sechs, neun Bauteile. Aber das bin ich gerne bereit dafür auszugeben. Hätte nicht gedacht, dass wir die so gut platt bekommen. Die Geschütze werden neu aufgestellt. Das macht ja hier unsere Mod. Und die Energiewaffenforschung ist fertig. Dann machen wir jetzt mal die Energierüstung. Die können wir dann ja eventuell unseren Nahkämpfern zur Verfügung stellen. Jetzt wird hier erstmal repariert und aufgeräumt. Neue Geschütze hingestellt. Hier sind sogar noch Bauteile liegen geblieben. Das heißt, wir haben nicht ganz so viel verloren. Wunderbar. Und es ist wieder sauber. Hier, die ganze Verschmutzung ist weg. Das ist ja schon mal sehr schön. Oh, und hier... Mist, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt sind die Regale schon fertig. Das ist jetzt einfach mal flugs gemacht worden. Ist irgendwie doof jetzt, ne? Da passt eigentlich nichts Halbes, nichts Ganzes her. Wir lassen es einfach so. Und ich lasse das jetzt hier eigentlich nur für die Waffen, die wir gerne behalten wollen. Wenn nicht, dann jetzt die Regale ausgewählt. Wir müssen warten, bis die Regale alle fertig sind. Dann erkläre ich euch, was ich hier nämlich vorhabe. Also hier kommen Waffen rein, aber nur die, die wir behalten wollen. Und hier in den zweiten Raum kommen dann die anderen rein, die wir nicht behalten wollen. Äh, nein, nein. Die wir nicht behalten wollen, die kommen da oben hin. Ich meine, hier kommen die Klamotten rein, die wir behalten wollen. So ist es gemeint. So. Gut. Jetzt haben wir relativ viel kaputt. Also erstmal ist gerade eine Sonnenfinsternis. Dann haben wir eine Hitzewelle und auch noch ein Kühlschrank kaputt. Hitzewelle heißt 43 Grad. Da gucken wir mal kurz über unsere Kühlung. 0 Grad, 1 Grad. Das ist in Ordnung. Weil das ist dann zwar nicht mehr tiefgefroren, aber es ist gekühlt. Das heißt, es verdirbt nicht in einem Tag, sondern, naja. Äh, das könnte besser sein, ganz klar. Überlege ich gerade, ob ich noch eine Klimaanlage hier reinsetze. Mache ich auch. Solange wir Bauteile haben, wir müssen die Batterien aktivieren. Durch die Sonnenfinsternis fehlt uns nämlich hier der gesamte Solarstrom und da reicht, da reichen unsere drei Geothermie-Kraftwerke nicht mehr aus. Ein Großhändler. Die werde ich mal überspringen. So, okay. Jetzt ist fertig hier. Also, jetzt erkläre ich kurz, was ich vorhabe. Hier kommen Waffen rein, aber nur die, die wir behalten wollen. Das heißt, ich stelle hier ein, das heißt, ich stelle ein Regal ein, so, ähm, Lager und nur Waffen. Das passt auf jeden Fall schon mal. Waffen, Waffen, keine Kleidung. und nur mit mindestens 60% Hitpoints und nur die mindestens normal sind. Na komm, wir gehen mal runter hier. Wir gehen mal hier auf, auf, äh, ich gehe mal auf 40%. Also alles, was 40 bis 100% Trefferpunkte hat und von normal bis legendär ist, das soll hier rein. Die Einstellung kopiere ich jetzt und die werden wir auf alle Regale anwenden. Kurz kontrollieren, ob das hier angekommen ist. Jawohl, gut. Das heißt, hier, die Waffen werden wahrscheinlich gleich alle wieder aussortiert werden. Ähm, und dann, das heißt nämlich, dass wir alle Waffen, die im Lager sind, verkaufen können, weil hier die Guten, die wir behalten wollen, drin liegen und die Schlechten hier gleich wieder rauskommen. Also das hier ist schlecht, das kommt zum Beispiel auf jeden Fall raus, kann ich jetzt schon sagen. Die bleiben wohl drin, der Knüppel auch. Naja, aber die sind nicht so gut. Ich denke, ich gehe bei der Qualität nochmal auf 50 rauf, also auf 50 Trefferpunkte mindestens. Einstellung kopieren, einfügen, okay, so. Dann kommt dieses Lager hier weg, das ist ja unser Heulager, muss ich jetzt erstmal kopieren und löschen und dann kommt das Heu hier oben rein. Neue Lagerzone. So, Einstellung einfügen. Das ist das Heulager. Und dann bauen wir nämlich Kopien von den ganzen Schränken hier nämlich genau nochmal. Wie auf der anderen Seite. Und das wird dann halt eben für, genau, für Klamotten. sehr schön. Gut. Hier wird der Reis abgeerntet, sehr schön. Die Geschütze stehen teilweise, schon wieder eins steht. Zwei müssen noch repariert werden. Denn das ist nicht kaputt gegangen, auch gut. So, wir müssen diese Klimaanlage, die fertig ist, jetzt runterstellen, weil sonst arbeitet die gegen die anderen entgegen. So, und alles an Kräutermedizin können wir verkaufen, weil das ist dann nur diese hier. Alles, was hier in den Schränken ist, bleibt. Wie sieht's hier aus? Okay, das dauert jetzt halt noch eine Weile, bis sich die Radien hier erweitern. Nämlich in sechs Tagen ungefähr. Ist die Tür kaputt. Gut. Das soll's dann für diese Folge auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben 16 Wachs überlebt. Da bin ich ja ein bisschen stolz drauf, auch wenn's drei Geschütze gekostet hat. Aber, das ist meines Erachtens ein kleiner Preis dafür. Wenn man bedenkt, wie gefährlich diese Viecher eigentlich sind. Und, ähm, wieso wird mir die Qualität der Sachen angezeigt? Ich seh's gerade erst. Gut. Normal. Hab ich irgendwas... Irgendwas hab ich eingeschaltet. Äh. Okay, ne, es betrifft auch hier nur komischerweise nur die neuen Schränke. Da steht schlecht, obwohl es überlegen ist. Hier steht gut, obwohl es meisterlich ist. Hier steht normal, obwohl es gut ist. Und normal, obwohl es exzellent ist. Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Äh, ähm, Moment mal. Da wird Kleidung eingelagert. Aber was ist da jetzt drin? Was ist da denn jetzt drin? Das ist nicht gut. Jetzt liegt da irgendwas drin und ich weiß nicht was. Schlecht. Da, Alpaka-Wolle. Ich muss zweimal draufdrücken. Stoffstammeskleidung. Ne, das geht nicht. Ähm, da muss ich das Lager ausschalten. Äh, wir machen das am einfachsten. Hier drauf. Lager, äh, alles löschen. Kein Lager. Und dann, äh, Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. So, dann werden die Sachen da wieder rausgeholt. Kann ja nicht sein, dass hier bei den Gefängnissen, äh, die ganze, ja, die ganze Kleidung eingelagert wird. Ein Wildschwein ist schwanger. Sehr schön. So, dann noch eben eine Sache. Bevor wir jetzt Feierabend machen, äh, hab ich nämlich ganz vergessen. Die Wildschweine müssen trainiert werden. Und zwar, ähm, auf Transport. Das ist nämlich ihr Verwendungszweck, ihr Hauptverwendungszweck. Kann Wildschwein eins schon alles? Ich bin gerade etwas, ja, okay. Sehr schön. Gut, okay. So, dann haben wir es jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.